Okay, versuche ich es mal anders anzugehen. Es ist nicht die zweite von allen zusammen. Das heißt, von allen zusammen wäre die zweite eventuell auch die zwei. So, absoluter Nullpunkt. Wissen wir schon seit einer halben Stunde. Dass wir fünf Sinne haben, kann ich jetzt endlich eingeben, weil ich die fünf nicht mehr am Anfang habe. Und das letzte müsste eigentlich immer noch die Spinne sein, oder? Fick doch die Waldfee, Alter. Ohne Witz. Die zweite von allen zusammen, von allen zusammen. Also, allen zusammen muss ich immer daran denken, dass es einfach mal alle zusammengerechnet sind und dann die zweite Stelle davon. Muss man das verstehen? Ich glaube nicht. Der Typ ist einfach nur bescheuert. Hallo. Nicht doof. Hast du nicht gesagt? Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Silberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu schaffen. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Marschen im nächsten Quartal. Also, Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Lady Katja Wells ist also eine Superbitch. Oh. Dass auf die Madame vorher keine war. Hier ist ein Cube. Ist ja eigentlich schon weit. Ich dachte eigentlich, hier wären irgendwie Sequels. Oh. Hier ging es weiter. Ja. Tja. Vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das halten nicht die physischen Narben. Nein. Sie hat die Schuld an dem Unfall. Dämpfe ihre Bitterkeit. Sie muss aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Die Tür ging nur auf und zu. Keine Linsinn. Ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame. Sonst noch etwas? Das war es erst mal. Schicke Frisur. Schwache, dämliche Schafe. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen. Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen, als ein Glas Wasser in der Wüste. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Ich habe keine Angst. Ich vergesse nichts. Ich habe keine Angst. Zeilen aus Erinnerung. Mal sehen, wie das jetzt wird. 20,3 Jahre zuvor. Es ist doch ein Autounfall, wie ich es bedachte. Da ist dieser Klumpen, der Unfall, dieser Klumpen, den sie da im Büro stehen hat, ist ein zerquetschtes Auto. Kaffee. Geil. Gott, der kein Gott ist. Wie besser. Ja. Hast du Jax gefunden? Jax, Jax. Ja, habe ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte. Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memo-Biotherapie zu lesen? Mal kaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor, dass menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Nelly, beruhige dich sofort. Du kriegst ein Geschenk zu Hause. Was? Nelly, sitz still und sei ruhig. Mami, schau. Nelly, setz dich wieder hin. Nelly, hinsetzen, sofort. Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay? Mami? 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 Mami hat doch gesagt. Siehst du, was passiert? Mami? Oh, mein Bein. Das ist alles deine Schuld. Tut mir leid, Mami. Tut mir leid. Lassen Sie Tyler den Unfall verursachen. Sie ist unsere Mutter? Sie ist unsere Mutter? Sie ist unsere Mutti? Das, äh... Das will mir jetzt gerade überhaupt nicht in den Kopf. dass sie unsere Mutter ist. Das... Das ist einfach gerade so mindblowing. Das ist, äh... Nee. Das wissen wir aber auch, wo wir unsere Narbe hier haben am, um, am Mund. Wir fernsehen gucken. So. Oh, daher kennen wir den Panda! Oh, ich muss den Fernseher dann unbedingt wieder einschalten. Ich will nur weiter gucken, wie wir, ähm... was da noch so alles gibt. Immer echt doof, dieses, äh... den Airbag, äh... auszuschalten, bringt uns nix. So, was können wir mit der Tasche machen? Tag, was ich mit der Tasche machen kann? An Tasche öffnen, okay. Ah, unser Teddy! Ah, wenn wir uns jetzt ablenken. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Du bist echt lustig. Schau, schatz, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich nichts. Wenn ich es doch auch könnte. Stell dir die Möglichkeiten vor. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, bis heute ihr Geburtstag ist. Ich auch. Ich glaube, das bringt nichts. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war. Ah, nein. Ich sollte da zu strafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen. Okay, das bringt gar nichts. Das bringt wirklich gar nichts, schade. Alles gut zum Geburtstag. Das ist eine schöne Errungenschaft, weil es halt wirklich, weil es halt alles gut ging. Problem, ich vermute, wenn wir den Fernseher einschalten, dass das auch dezent nicht viel bringen wird. Weil dann wäre Nillen ja trotzdem wieder ruhig. Die Errungenschaft zu schalten bringt uns nichts. Dann würden wir sie ja mit töten. Wir würden den Airbag nicht kaputt machen, weil dann würde sie sie würde einfach sterben. Könnte mal was versuchen, weil da war ja ein Handy drin. Ob wir dann mit dem Handy was machen können, wenn die Nillen, also wenn der Jax da rausgegangen ist. Dann können wir mal den Fernseher machen, gucken, was passiert. Und ich vermute, dass wir was mit dem Teddy machen müssen. Verkehr war schlimm. Ja, Jax, du bist der Beste! Hast du Jax gefunden? Jax, Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisiert. Ich glaube nicht, dass uns das das bringen wird. Ah. Irgendwie... Nein, irgendwie nicht. Ui, ui, ui. Da war was, 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 da war was. Da. Oh, ich glaube, das wird zu einem sofortigen Tod führen. Ah, das hat noch nicht gereicht. Es war nah dran, aber es hat noch nicht gereicht. wird die Tasche öffnen. Die würde ich schon öffnen. So. Und wenn wir dann immer noch das Glas zerbrechen können, dann aktivieren wir mal den Jax, glaube ich. Weil ich irgendwie die Befürchtung habe, dass er was... Nein, du sollst da nicht... Du solltest da nicht den Fernseher aktivieren, du solltest das andere aktivieren. Aber ich finde diesmal die, äh, kommt schneller als beim letzten Mal. sooo. Sooo. Wir sollten mal gucken, ob es mal was Neues gibt. Ich hoffe, wir können jetzt wieder irgendwas tun. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Können wir irgendwie noch was machen mit dem? Irgendwie nicht. Ja, können wir die Scheibe machen. Wir nehmen die Scheibe und, äh, der Kaffee wird, äh... Was ist das? Oh, scheiße. Das Memo. Schlechtes Wort, schlechtes Wort. Papa wird mich umbringen. Ich glaube, das war richtig. Ziel erreicht. Geburtstags-Crash. Kann man aber laut sagen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Schatz, du warst nicht schuld. Ich war unvorsichtig und es war dein Geburtstag. Oh, mein armer Schatz, es tut mir so leid. Es tut mir auch leid. Ironisch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Terrorist wurde auf ihrer Etage entdeckt. Ein Kommandos auf dem Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Das Leben riss uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen. Mami, ich... Geh! Lauf! Er führt dich aufs Dach! Lauf! Auf nie vergessen. Philipp. Morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Sie hat ein gutes Herz. Sie hat ein gutes Herz. Unsere einzige Wahrheit ist unser Leid. Alphonse de Lamartine... De Lamartine? De Lamartine? Ich glaube schon. Ich bin die Tochter von Silla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Episode 6 Verrotteter Kern Klingt nicht gut. Keller der Bastille. Check the body. So. Ähm. Krasse. Nicht anwesend. Ich habe echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist. Ich tue das für Bad Request. Nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. Dort wird uns alles klar. Gegner. Okay. Jetzt kommen Gegner. Aber es scheint nicht so zu sein. Na komm. Beweg dich nach oben, du Stück Tür. Und tschüss. Bis. Was war das? Wer war das? Hallo? Ist da jemand? Oh, lieber. Lieber nicht. Nicht die tollste Option. Aber na gut. Sanfte Scheuseln. Sanfte Scheuseln. Sanfte Scheuseln. Unbündig im Raum. Gib mir dein Gesicht. Ähm. 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 Wir können nichts machen, weil wir haben weder Fokus noch Licht. Licht. Ah. Licht. Hi. Y. X. Y. Ausweichen. Ich bin der Sportanzug, mein Guter. Oder Gute. Keine Ahnung. Wir kennen uns ja nicht. Ähm. Also, äh. Ich bin das Aufbaukommando. Schön, euch kennengelernt zu haben. Ich, äh. Ich werde mich freuen, wenn ihr einfach, äh, sterbt. Und, äh, mich dann für immer und ewig in Ruhe lasst. Das ist, äh, so ein Argument. Benutzen. Wir benutzen einen Fahrstuhl. Und dafür ist der Fahrstuhl da. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Oh, nö. Bad Request hatte ein Pigsocket. Ohne das ginge nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Oh, nö. Bin ich eigentlich. Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuchskaninchen. Ich bin wieder hier. Und das ist deine Schuld. Ey, Sanity. Und wir sind voll. Na toll. Feuerlöcher, komm mit. Damit können wir vielleicht die Drohnen ein bisschen ärgern. So. Ähm. Äh, hä? Ich, äh. Äh, hä? Ich sehe da kein Paket drauf. Das ist ein Rätsel. Böses Rätsel. Ich bin von hier unten an die Teile ran. Können wir sonst nicht hoch, wenn ich jetzt nicht hier, äh. Ah, geschafft. Geht hier, Kontrollraum. Dieser Kontrollposten ist unaktiv. Bitte zurücktreten. Das Glas schließt. Äh. 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 Pagyari-Teligkeiten. Achso, wir müssen das von Bad Request erwischen. Wenn ich das richtig verstehe. Müsste ja jetzt eigentlich nachrutschen. Da ist es. Das ist ja logisch. Ich hab's. Bad Request's Picksocket. Perfekt. Damit knackst du Sicherheitsschlösser. Lass mich raten. Bad Request ist mein Problem. Mein heimlicher Bruder. Stimmt's? Der Picksocket knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser ein, indem er sie mit einer Energiesalve überlastet. Schön zu wissen. Dann fangen wir mal lieber an. Drücken sie in LB, um diesen Fernkontroll, Fensterkontroll-Terraffel anzubisieren und LB. Okay. Krieg ich hin. Tür. Das und das. Uiuiui. Das wird jetzt immer böser hier. Jetzt wird's kriminell. Tür geöffnet. Tür geöffnet. Hi. Ähm. Hühne. Das ist der neue Begriff Schreibtischstuhl, weil der Stuhl auf dem Schreibtisch. Logic und so. Die Pickett kann durch Fenster feuern. Dröhnchen. Wollt ich nicht eine Drohne? Wir müssen das halt immer wieder mitnehmen. Bürger von Neo-Paris. Ich spreche zu euch in dieser schweren Stuhl, um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungsprojekts anzukündigen. Die Versklavung einer Minderheit. Wie feindlich oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes gesellschaftliches Ziel sein. Trauma. Ruhm. Hm. Okay. Das ist, äh... Sehr interessant. Ja, dass wir nicht ein bisschen hinterfeuern können. Das wäre... Das wäre irgendwie cool. Okay, und wir haben jetzt hier alles. Das heißt, mehr hat dieser Raum, glaube ich, nur das Secret beschafft. Okay, ähm... Irgendwie fehlt hier aber noch was. Hm. Hm. Ich bin doch irgendwie... Nee, du, du guckst dir einen Kreis an. Hm. Ah, wie haben wir denn da? Wien ist ein 3 von 5,50. Das ist so, so lobe ich mir das. Hätte ich voll gar nicht... Voll überhaupt nicht wahrgenommen von. So, so, das ist ein extra Raum gewesen. Und das war ein extra Raum. Hä? Ich würde ja nicht vorstellen, dass es hier... nicht hier lang weitergeht. Hm. Hier war nix. Das war auch nix. Das ist auch nix. Okay. Dann. Gucken wir, dass wir das Sicherheitsfenster da geöffnet kriegen. Können wir die Waffe wechseln, eigentlich? Hm. Da ist wieder alles auf Anfang. Okay. Das heißt, in diesem Administrations Office muss etwas sein, was uns hilft. Weißt du hier auch nix, dass wir hier irgendwas kontrollieren könnten? Hm. Höher. Haben wir? Haben wir nicht? Warte, ich brauche das, äh, vom Sicherheitsfenster. Nee, Sicherheitsfenster. Da. So. Das ist ja nicht so wichtig. Das ist nur der Raum. Das ist nur der Raum. Was ist mit der Raum? Wir sind ja durch Fenster zu sehen. Okay. Durch, ja. Eigentlich. Hm. Durch Fenster sehen. Das Fenster? Dieses Jahr wollte ich die ganze Zeit aufkriegen. Wir hätten hier auch wieder Schatten rum. Was auch immer das ist. Hm. Müssen wir wieder anfangen. Okay. Ähm. Irgendeine Ecke. Mit Kisten. Das soll irgendwas sein. Ja. Suche. Bitte Geduld. Suche. Suche. Bitte Geduld. Willkommen, Dr. Green. Chris. Dr. Green? Warum? At request. Der Typ ist doof. Ja. Total. Weitersetzen. Nie waren wir so nahe daran, den Ursprung der Mutationen aufzudecken. Ich werde daher diese Forschung fortsetzen. Mensch, ja. Weil du doof bist. Der Typ ist einfach nur mega doof. Diese Ärzte sind einfach nur mega doof. Oh Mann. Ich werde principe zack financials managementem, glaube ich. Nein, ich werde da in. Ich werde da. Ich habe sie selber. Ich werde. Ja. Kisten. Ich werde.